1 Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level Per Day Heute mit Super Mario Bros. 3 von dem Dark Link Ride of the Ghost Ship Einer hat es geschafft von 49 Versuchen Abschlussrate 2,04 19 Leute haben sich dran probiert 5 Sterne hat es gegeben Und äh Dark Link hat immer schwere Level Seine 15 Minuten gehören genau jetzt ihm So Als allererstes gucken wir erstmal Ob er hier irgendwas gemacht hat Oh, 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 das ist What the Erstmal, der Dark Link ist immer sehr sozial Okay, warte mal, hier warten wir jetzt mal Mir geht die Musik So auf die Nüsse Na, Dark, hast du irgendwo was versteckt? Ich kenn dich doch What? Oh nein, das war zu früh Den nehmen wir jetzt mal nicht Bleibt mir fern Was ist jetzt eigentlich wie ein Pilz passiert? Ah, fliegende Boos Oh nein Ach, komm Komm, der erste Versuch war doch schon mal nicht schlecht, oder? Nein Egal, komm Ich schaff das auch klein Okay, ist ein Scherz, ich weiß So, schön hin und her Hin und her, hin und her Schön hin und her Schön hin und her Wir wollen nur noch zwischen denen da hin und her So, schön hin und her So, schön hin und her Oh, verdammt Immer schön hin und her Das ist wichtig bei denen Ah, verdammt Aber bei denen kannst du halt nicht hin und her Das ist das Problem Hier geht's jetzt schön zickzack Boah Mach ich mich gut zur Zeit? Ich weiß es nicht Immer hin und her Immer hin und her Das ist das Wichtigste Boah Boah, ich werde belohnt So, immer schön hin und her Zweiter Versuch hab ich's geschafft Yeah Man muss nur wissen, wie man die bewusst austrägt Aber trotzdem, geile Idee mit den ganzen Schienen und so weiter Und mit der Bahn und allem drum und dran Mir hat das richtig Spaß gemacht, ja Also definitiv Klar, Darklink Dein Stern ist sicher von mir Das Ganze schon mal Ist sicher wie das Amen in der Kirche Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einsendung Und wenn ihr genauso geile Level habt Ab in die Kommentare Auf Facebook, auf Twitter Und wenn ihr von dem allen gar keinen Bock habt Hab ich für euch ein Dokument vorbereitet Unter der Videobeschreibung Dort könnt ihr euren Link einschicken Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einsendung von Darklink Und sage, ich bin euer Trohaut rein Tschö, tschö 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 Tschö